Quarkus Sakai Fischfarm, 50 cm, Nisai Weiblich, das war der kleinste von dieser Säule, hat sich ganz gut gemacht, deswegen gehen wir die Prognose bis Mai 60 cm zu schaffen, guck mal, hat er einen langen Kopf, also hat er einen großen Kopf, wir gucken jetzt einmal, was er macht im nächsten Monat, aber bis Mai haben wir noch 5 Monate Zeit, also 10 cm sind da zu schaffen, das ist kein Problem, wer hier Interesse hat, auch der KUHB ist nicht frei.